Zurück zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Fällt euch was auf? Fällt euch was auf? Ein Heiligenschein. Ja, mein Held bekommt einen Heiligenschein. Und weg ist er. So, la la la. Wir sehen hier einen gelben Punkt. Man kann das Questfenster leider nicht verschieben. Und wir sehen, dies ist eine Insel. Was war unser Quest? Wir sollten den Archäologen für Maze befreien. Oder ihm helfen. Oder bla. Also. Gehen wir zum Witchwood Callistore. Was heißt, wir gehen? Wir teleportieren uns. Quest beginn. Der Archäologe wird durch eine magische Tür beschützt. Such diese Tür. Das klingt simpel. Im Witchwood soll es ein Schwert geben, das nur ein wahrer Held an sich nehmen kann. Ja, aber dafür bin ich noch... Ein Tempel im Witchwood soll angeblich spirituelle Kraft spenden. Doch seid gewarnt. Einige Götter sind wankelmütig. Ja. Um dieses tolle Schwert zu bekommen, bin ich noch zu schwach und zu unheldenmäßig. Dafür muss ich Stärke und Zähigkeit und weiß, was ich nicht noch alles, ähm... Bis auf weiß ich nicht, wie viel hoch gepowert haben. Wo laufe ich eigentlich lang? Das war ja jetzt totaler Blödsinn. Also, wir sehen... Ein Angelpunkt. Ein Dreh- und Angelpunkt. Haha. Und ich werde das Angeln rausschneiden. Bis gleich. Da bin ich wieder. Haha. Ich habe einen Mondfisch gefangen. Ich bin toll. Ich hole Fische vom Mond. Mond. Ja, dieser Wald ist wunderschön. Und schaut euch diesen Ausblick an. Diese ziehenden Wolken. Einfach toll. Oh, oh. Das sieht nach einem Troll aus. Ja. Oh, ja. Na, mein Kleiner? Magst du spielen, ja? Ja. Lustig, was? Werf mal was. Doch nicht so. Ähm. Unterschätzt? Absolut unterschätzt. Oh, sowas von unterschätzt. Ich bin mal so frei. Aua. Timing ist nicht so meine Stärke. Ich bin so schlecht. Ja. Also komm, den habe ich jetzt getroffen. Den habe ich getroffen. Und der hat mich getroffen. Komm, mit Steinen werfen ist nicht nett. Was ist, wenn ich den gegen den Kopf bekomme? Äh, ich bin schon weg. Keine Sorge. Oh, ey. Habe ich dich jetzt... Oh, das war das Mikrofon. Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel Sexy Heldenpose zu benutzen. Yeah. Haha. Ihr habt den Status wohl bekannt erreicht. Wieso? Hat das irgendjemand gesehen, dass ich diesen Troll erledigt habe? Okay. Diese Tränke werden von einem Wächter bewacht. Macht ihr doch nichts aus, wenn ich die nehme, oder? Hm, Kumpel? Ein frischer Wind kommt auf. Danke. Und danke. Und danke. Die Gilde der Versager. Dieser Weg scheint mir so, als ob es hier... Okay, ich fange nochmal an. Dieser Weg impliz... Es regnet. Ich fange nochmal an. Dieser Weg impliziert einen... Mann, ich glaube, hier ist ein Versteck. So. Ich komme hier nicht durch. Toll. Was ist das? Was ist das? Eine Kuppel. Da steht was drauf, was ich nicht lesen kann. Na toll. Nur deinetwegen habe ich jetzt diesen Umweg gemacht, ja? Es regnet wirklich. Wahnsinn. Dieser Wald ist so freundlich, so menschenfreundlich. Ab zu den Witchwood Steinen. Witchwood Steinen. Bläh, bläh, bläh. Lolololol. Da vorne sind vier Punkte. Ich gehe jetzt nicht angeln. Ich öffne nur denen, die meinen Namen kennen. Wenn ihr ihn kennt, sucht und drückt die magischen Steine, um ihn zu buchstabieren. Nur eine Person kennt meinen Namen, doch die findet ihr nicht. Nicht, nicht mal im Tempel von Aro. Da will ich auch gar nicht hin. Ich glaube, ich weiß, was das war. Hier sind Fässer. Meine Fässer. Fässer. Ein Apfelkuch war drin. Gut. Er meint, damit die Steine da vorne, die da. Aber erstmal öffne ich die Truhe hier. Ein Großhammer. Cool. Und diese vier Steine soll ich drücken. Es blitzt und donnert. Hier steht H drauf. Hier T. Hier I. Und da vorne, glaube ich, war S. Ja. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, ey, wir buchstabieren jetzt Shit. Aber ich glaube nicht, dass der Typ Shit heißt. H. H. Nein. Ich werde... Hits buchstabieren. T. Und ich wette, es ist genau der falsche Name. H. H. T. S. Ihr kennt meinen Namen. Toll. Dann mal rein spaziert. Yeah. Okay, es war doch der richtige Name. Weil, wenn man Shit buchstabiert hätte, wäre man wahrscheinlich, ähm, nein, wäre man in eine Falle getappt. Habt mich gefunden. Na, großartig. Wenn ihr mich finden könnt, können die es auch. Ja, sorry. Ich hätte niemals versuchen sollen, die Fokuspunkte zu studieren. Aber woher sollte ich wissen, dass Jack auch an ihnen interessiert war? Ja, Messer Jack. Ich habe keine Zeit für Erklärungen, aber ihr könnt mein Notizbuch lesen, wenn ihr möchtet. Ich will es nicht mehr. Na toll. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, ich muss weiter. Es ist hier nicht mehr sicher für mich. Und das dank euch. Ja, sei bloß nicht zu dankbar. Hey, ich wurde gerufen, dich zu holen, ja? Ja, das war nicht meine Idee. Ja. Undankbarkeit ist der Weltenlohn. Blöd Mann. Der Archäologe lebt also noch. Das ist gut. Dank dir können wir bestimmt für seine Sicherheit sorgen. Du solltest jetzt zurück zur Gilde gehen. Eine wichtige Questkarte wartet dort auf dich. Anscheinend gibt es Ärger in Nothal Glade. Ja, dankeschön, Mace. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Mach ich gleich. Mace, deinetwegen ist der Mann sauer auf mich, ja? Deinetwegen.